Also ich bin die Anna und das ist die Laura und die Tina und das ist unsere Trainerin die Denise und wir kommen von der SVG Niederliebersbach auch in Deutschland. Unser Ziel ist eigentlich sauber durchzutouren, was eben nicht so gut gelungen ist, aber wir hoffen, dass die nächsten Übungen besser werden. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Stärken von meiner Gruppe sehe ich in der Tempoübung und die Schwächen in der Balanceübung, die leider heute war. Die Stärken von meiner Gruppe sehe ich. Untertitelung des ZDF, 2020